Oh, wow, nach dem Training brauche ich erstmal einen Shake. Oh, was denn für ein Shake, Lami? Shake, dein Booty! Oh, sui! Yeah, let's go, Banani! Äh, einen Moment mal. Sag mal, Banani, was soll das Ganze hier? Oh, naja, ich sammle Geld, Lami. Ja, Banani, das sehe ich. Oh, habe ich da noch eine Frage, Banani? Oh, ja, und die wäre? Naja, Banani, warum tust du so, als wärst du obdachlos? Du musst sogar kein Geld sammeln. Und warum wohnst du hier draußen in einem Zelt? Du hast einen Job, du bekommst genug Geld, du hast ein Haus, du hast richtig viele Fans. Warum tust du dann so, als wärst du obdachlos? Hm, keine Ahnung. Äh, wie jetzt keine Ahnung? Was soll das Ganze hier, Banani? Oh, keine Ahnung, halt, Lami. Und jetzt habe ich auch keine Lust mehr, obdachlos zu sein. Joey! Ist das sein Ernst? Oh, Mann, ey, immer diese Bananen! Oh, Sui, Sui, Sui. Sui? Moment mal, Lami. Bist du etwa obdachlos? Hm, das tut mir wirklich leid für dich, Lami. Hier hast du ein bisschen Kleingeld. Na dann, Lami, wir sehen uns, Joey! Hey, Leute, irgendwann verliere ich noch mein Verstand mit Banani. Aber ich muss mich auch bei Banani bedanken. Denn ja, ich habe jetzt wieder eine neue Idee. Denn wir werden heute in Brookhaven Online-Data trollen als... Äh, Obdachloser? Also ja, Leute, das heißt, dass wir heute keine freshen Klamotten anziehen dürfen. Hm, also ja, Leute, was denkt ihr? Schaffen wir es heute in der Folge, ein paar Online-Data als Obdachloser zu trollen? Schreibt deine Antwort jetzt in die Kommentare. Aber, Freunde, müssen wir uns einen neuen Roblox-Account erstellen? Und, Leute, ich habe den perfekten Namen. Ich heiße einfach Obdachlos... Sui! Also ja, Leute, wir registrieren uns einmal. Und wir gehen einfach mal direkt auf einen öffentlichen, äh, Brookhaven-Server. Moment mal, was ist das denn hier? Das ist einfach eine Roblox-Gurke. Leute, lasst bitte einen Daumen nach oben da für die Roblox-Gurke, Pity. Ja, nein, Spaß, Leute. Wir gehen direkt in den Brookhaven-Server rein, Sui! Und, Leute, da sind wir auch schon auf dem Server. Wir drücken einmal auf Spielen. Und, Leute, höh? Ich habe hier einfach schon meine ersten Bacon-Freunde. Ey, Bacon! Barbecue Bacon-Burger! Mua! Äh, aber, Leute, Moment mal. Das ist ja kein deutscher Server. Das ist... Hä? Hab ich? Moment mal, was steht hier? Habibi! Abonnier Lami Sui! Na gut, Leute, dann wechseln wir einmal den Server. Und da wären wir auch schon. Aber, Moment mal, das ist ja auch kein deutscher Server. Jetzt sind wir hier auf einem französischen Server. Aha. Okay, hier gehöre ich auch nicht hin. Denn, Leute, je ne pas, pas, frusse. Oui, oui, Baguette. 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 Und dann sind wir auf dem nächsten Server. Und, Moment mal, das ist ja schon wieder kein deutscher Server hier. Diesmal sind wir hier auf einem spanischen Server. Äh, und, ey, Leute, was ist das hier? Jetzt sind wir hier auf einem englischen Server. Aber, ey, Leute, so langsam stinkt das hier alles. Das Wetter stinkt. Der ganze Boden stinkt. Und du, du stinkst auch. Und deswegen verlassen wir jetzt nochmal den Server. Aber bitte jetzt auf einen deutschen Server. Komm schon. Und, Leute, ich glaube, äh, ich habe hier jetzt nicht einen kompletten deutschen Server gefunden. Aber, hier gibt es auf jeden Fall ein paar deutsche Spieler. Also, Leute, wir bleiben jetzt hier auf dem Server und suchen, aha, ihn hier. Moment mal. Er schreibt, hallo, bist du Deutscher? Und sie schreibt, ja. Und er schreibt, ich bin auch deutsch. Und er auch. Hey, Leute, ich bin auch deutsch. Und obdachlos, hat bitte jemand einen Euro für mich, bitte? Bitte, Leute, nur einen Euro, bitte. Ja, nur das Problem ist, Leute, wir brauchen auf jeden Fall noch einen obdachlosen Outfit. Unseren Skin dürfen wir leider nicht so fresh machen. Das heißt, Leute, wir nehmen genau dieses Outfit hier. Dann machen wir noch so ein trauriges Gesicht rein. Ja, vielleicht noch andere Haare. Und mit diesem Skin müssen wir heute Online-Dater trollen. Und wir versuchen natürlich wie immer auch eine Online-Daterin zu klären. Aber ob wir es mit diesem Skin schaffen, keine Ahnung. Also, Leute, wir verlieren auf jeden Fall keine Zeit. Ähm, Moment mal, wo sind denn die deutschen Spieler hin, hä? Hä, Moment mal. Hä, da ist ein Bacon mit der Waffe. Hey, Leute, der da ist gefährlich. Und Moment mal, was hat der für ein T-Shirt an? Leute, der trägt hier einfach so ein Katzen-T-Shirt. Ey, was ist das hier für ein Ohio-Server, Leute? Und wie trägt sie bitte ihre Brille, Leute? Naja, da ist noch ein Bacon. Oh, hä? Hä? Leute, der Bacon will mein bester Freund sein, glaube ich. Ja, Leute, ich habe einen neuen besten Freund gefunden. Und der kann irgendwie nicht so gut Motorrad fahren. Oh, okay, anscheinend bleiben wir hier beim Spielplatz. Oder nee, Moment mal. Ich glaube, der will ein Kind adoptieren. Ah, wer ist das denn, Leute? Oh, mein Gott, wir haben da einfach Messi. Ey, was machst du denn hier, Messi? Ich schreibe einfach mal, Ronaldo ist besser, Sui. Naja, aber lassen wir einfach Messi in Ruhe. Wir kümmern uns einfach mal um dieses Mädchen hier. Hallöchen. Ich schreibe einfach mal, willst du meine Freundin sein? Und ja, das Mädchen ist schon weg. Okay, Leute, das wird heute also auf gar keinen Fall einfach. Außerdem geht die Sonne auch schon langsam, aber sicher runter. Aber, Leute, wir haben ein Problem. Wir haben als Obdachloser natürlich kein Haus. Und deswegen müssen wir hier draußen irgendwo ein Zelt aufschlagen. Und ich würde einfach mal sagen, damit hier alle sehen, dass ich obdachlos bin, mache ich das Ganze einfach mal hier ungefähr so. Und jetzt warte ich einfach nur, bis mir jemand etwas Geld spendet. Bitte, Leute. Drei Tage später. Hey, Leute, das ist so traurig. Es ist schon so viel Zeit vergangen. Aber keiner interessiert sich für mich. Die Mädels sind nur bei den Jungs, die so freshe Online-Dater-Klamotten haben. Und zu mir ist absolut niemand gekommen. Also, nee, Leute, so geht das wirklich nicht. Wenn ihr nicht zu mir kommt, dann, dann, dann komme ich halt zu euch. Ich breche bei euch zu Hause ein und klaue euer ganzes Geld, okay? Okay, verteidigt eure Häuser. Denn jetzt kommt der Obdachlose Räuber. Ja, ja, ihr habt richtig gehört. Ich werde eure Person ausrauben. Hm, habt ihr das gerade gesehen, Leute? Da ist jemand drin, aber der sieht irgendwie echt komisch aus. Moment mal, wem gehört das Haus? Ah, Jungs, und wie sieht der bitte aus, Leute? Nee, 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 das ist auf jeden Fall kein normaler Roblox-Skin. Äh, Leute, was ist das denn? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Roblox, was macht ihr? Warum macht ihr solche Avatare in Roblox rein? Was ist das? Also, nee, nee, einfach nee, Leute. Das ist auf jeden Fall nicht mehr Roblox, aber ich werde auf jeden Fall seinen Tresor ausrauben. Dafür gehen wir einmal hier hin. Ja. Und weil mir niemand hier auf dem Server Geld geben wollte, hole ich mein Geld halt selbst raus. So, tada, Leute, wir haben den ersten Tresor ausgeraubt. Oh, 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 nein, nein. Ich glaube, er will mich bannen, Leute, er will mich bannen, er will mich bannen. Nein, das Haus ist zu... Oh, oh, ich wurde gebannt. Aber egal, Freunde, wir haben jetzt Moneten. Das heißt, wir sehen auf jeden Fall nicht mehr so arm aus. Also, Leute, ich gehe mal hier hin und schmeiß die einfach mal mit Geld ab und schreibe einfach mal, habe Geld, wer will meine Freundin sein? Was? Und sie schreibt, ich? Nee, Leute, das ist hier gerade ein Prank, oder? Niemals. Moment mal, Leute, wir nehmen sie einfach mal. Und ja, oh, mein Gott, wir haben einfach... Hä? Ein Mädchen auf den Armen. Hä? Hä, Leute, guckt euch mal meine Klamotten an. Naja, ich habe jetzt auf jeden Fall Geld, deswegen können wir hier in Brooks Deiner essen gehen. Und ich schreibe einfach mal, habe mein Geld gespart, damit ich dir Essen kaufen kann. Hä, und so wie es aussieht, wollen die zwei Mädels hier irgendwie selber kochen oder so. Warte mal, warum sind die eigentlich zwei Mädels? Äh! Oha, die wollte einfach mein Date entführen. Nee, 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 nicht so einfach hier. Das Mädchen hat sich entschieden. Sie möchte mit mir bleiben. Und ich schreibe einfach mal, wenn ich mir neue Klamotten kaufe, dann kann ich mir das Essen nicht leisten. Und äh, was geht da hinten in der Küche ab? Äh, die Küche brennt. Aber Leute, was wird mein Date hier antworten? Oha, Leute, sie schreibt, ich kaufe das Essen. Und ich schreibe einfach mal, das würdest du wirklich machen für mich? Und oha, Leute, ich glaube, sie hat dir gerade eine Tasche voller Geld gegeben. Und sie schreibt, ja, Leute. Ich glaube, wir müssen ab jetzt nicht mehr traurig sein. Ich meinte, das Geld, das wir gespart haben, das können wir jetzt endlich für neue Klamotten ausgeben. Hm, das Essen wurde bezahlt. Ich habe eine Freundin. Hä, Leute, besser geht es gar nicht. Jetzt werde ich hier sogar noch rumkutschiert. Alter. Leute, ich dachte, als Obdachloser läuft es viel, viel schlechter. Aber ja, bis jetzt läuft alles sehr gut. Und das Mädchen hier verfolgt uns die ganze Zeit. Oh, und jetzt fahren wir hier zum Rockstar-Klamottenladen. Oh mein Gott. Freunde, ich schreibe jetzt einfach mal, aber leider nur Geld für ein T-Shirt. Aber Leute, dieses Mädchen hat so viel Geld dabei, das wird die mir doch bestimmt bezahlen, oder? Und ja, Leute, sie schreibt einfach, kauf, was du willst. Bin reich. Oh mein Gott, Leute, wir haben einfach eine reiche Freundin geklärt als Obdachloser. Aber warte mal, wer ist er denn jetzt hier? Nein, der will meine Freundin klauen. Ey, lass mich in Ruhe. Ich schreibe einfach mal, ey, lass uns. Und er schreibt einfach nur, warum? Und er holt meine Freundin hier eine Pistole raus und er schießt ihn. Oha. Naja. In der Zeit, wo die sich einfach mal bekämpfen, werde ich mir neue Klamotten kaufen. Und Leute, das ist es. Mein neues Outfit. Und Moment mal, ich glaube, sie hat auch ein neues Outfit. Nein. Das kann nicht sein. Sie trägt ein Ronaldo-Trikot. Oh mein Gott, Leute, meine Freundin ist auch noch Ronaldo-Fan, oder was? Also irgendwie glaube ich das Ganze nicht mehr. Ja, alles läuft hier so perfekt. Und Freunde, jetzt gehen wir auch noch zu ihr nach Hause, oder was? Und Leute, wir werden sie jetzt einfach mal eine sehr, sehr wichtige Frage fragen. Und das machen wir auf jeden Fall in ihrem Zimmer. Naja. Ich frage sie jetzt einfach mal. Kennst du eigentlich ein paar Roblox-YouTuber? Ey, nee. Nee, das kann nicht sein, oder? Sie schreibt, ja, Lami Banani. Äh, Roman? Hä? Wer ist jetzt Roman? Aber naja, Leute, das erste, was sie geschrieben hat, war Lami Banani und Paraluten. Ja, schöne Grüße gehen raus an Paraluten. Und sie fragen jetzt, kennst du Lami? Moment mal, das wollte ich dich gerade fragen. Aber naja, Leute, ich schreibe einfach mal, ja, aber ich mag ihn nicht so. Jetzt schreibt sie, warum? Und Leute, jetzt schreiben wir die typische Hater-Antwort. Und zwar, er gibt mir keine Roblox. Er ist Scammer. Und jetzt fragt sie, bist du in seiner Lami-Army? Nee, aber mir gehört die Lami-Army, Sui. Und ich schreibe, ja, ich bin in seiner Gruppe, aber habe noch nie was bekommen. Unfair. Und jetzt fragt sie mich einfach, bist du Lami? Äh, Leute, ich frage einfach mal, ähm, wie kommst du darauf? Leute, ich glaube, das liegt hier an meinem Namen. Und sie schreibt schon, weil du Sui heißt. Ja, Leute, ich glaube, ich sollte mal weniger Sui in meine Online-Data-Accounts schreiben. Leute, ich glaube, das Mädchen hier hat mich wirklich enttarnt. Deswegen frage ich einfach mal, was wäre denn, wenn ich Lami bin? Und sie schreibt einfach nur, weiß nicht, ja, toll. Ich weiß auch nicht, ähm, yeah. Ich bin Lami, Sui. Und sie fragt, machst du Video? Ja, ich mache ein Video. Und du bist sogar dabei. Und ich frage sie noch mal, bist du in Lami's Roblox-Gruppe? Und warte mal, sie schreibt, nein, weiß nicht, wie man das macht? Leute, meint ihr das gerade hier ernst, oder was? So schwer ist das nicht. Naja, Leute, eigentlich wollte ich hier gerade noch ein paar Bowbugs geben. Aber sie ist noch nicht mal in meiner Roblox-Gruppe, Mann. Leute, kommt alle in meine Roblox-Gruppe. Sonst bekommt ihr keine Bowbugs von mir. Naja, Leute, wir müssen jetzt auf jeden Fall weitermachen. Wir müssen am besten jemanden finden, der nicht in der Lami-Army ist. Und das Mädchen schreibt hier schon Lami. Ey, nein, nicht verraten, dass ich Lami bin. Naja, Leute, mal schauen. Vielleicht geht hier was im Haus ab. Aha, hallo? Online-Dater, wo seid ihr? Naja, du siehst irgendwie nicht aus wie eine Online-Daterin. Irgendwie sieht ihr Skin echt komisch aus. Also, ja, wir verlassen das Haus einfach mal lieber. Obwohl, sie schreibt gerade, hey. Naja, irgendwie sieht sie aus, als wäre die gerade aus Ohio rausgekommen. Aber naja, ich frage sie einfach mal, kennst du Banani? Und sie schreibt, glaube schon. Hä, wie glaube schon? Kennst du Banani, ja oder nein? Und sie schreibt, so von Kindheit? Naja, dann frage ich einfach mal, magst du seine Musik? Und die fragt einfach nur, macht der Musik? Dachte, das ist Seriencharakter? Ey, die kennt noch nicht mal den Super-Sabanani, Leute. Nee, dann verschwinden wir einfach mal. Ey, was ist denn das hier für eine Online-Dater-Versammlung? Lea Single 13? Hey, Lea, ohne dich fühle ich mich leer. Yeah. Hä, und sie schreibt einfach nur, was? Naja, Leute, ich schreibe einfach mal, wer von euch mag Bananis-Musik? Hä? Niemand, oder was? Moment mal, ich glaube, die zwei streiten sich. Naja, Leute, ich packe mir einfach mal leer und gehe mit ihr zu. Nee, warte mal, Brooks, da waren wir schon zum Kinogebäude. Und hier essen wir erstmal lecker, lecker Happy Burger. Und jetzt schreibt sie einfach nur, was? Yeah, deine Hose ist nach... Nein, Spaß, ich schreibe einfach mal, was magst du mehr, Döner oder Burger? Und Lea antwortet mit Döner meistens. Let's go, Lea. Döner, Döner, Döner. Ja, ich werde immer schöner, schöner, schöner. Ich schreibe einfach mal, Döner, bestes Sui. Magst du Banani? Und sie schreibt, wer ist das? Wie, wer ist das? Hallo? Wer kennt denn bitte Banani nicht? Jeder kennt Banani. Denn Banani ist ein Superstar. Und sie schreibt einfach nur, alles klar? Leute, ich glaube, die Lea, die nimmt mich nicht so ernst oder so. Und jetzt fragt sie, ah, und warum sind wir hier? Hä? Wir haben doch ein Date, oder nicht? Und sie schreibt einfach nur, was zu? Wie alt bist du eigentlich? Ich bin fünf Jahre alt. Nein, Leute, sie geht einfach weg von mir. Nein, Lea. Och, Mane. Und das ganze Geld, was ich hatte, ist jetzt auch weg. Denn ich habe dieses Menü für Lea und mich gekauft. Och, Mane, was mache ich jetzt ohne Geld? Das heißt, ich werde ja jetzt wieder auf der Straße leben, oder was? Och, Mane, das ist so traurig. Ah! Hey, Lea. Was macht die denn jetzt hier? Sie schreibt, wieso bist du so? Hä? Wie bin ich denn? Und sie schreibt einfach nur, such dir eine Freundin in deinem Alter. Vier oder so. Ja, ja, Lea. Danke für den Tipp. Echt jetzt? Vielen Dank, Mann. Sie schreibt, ich bin 13 und keine fünf. Oha, sorry, Lea. Darf ich überhaupt noch mit dir reden, oder was? Ich habe hier mein letztes Geld für dich ausgegeben. Und du verlässt mich einfach. Nee, Leute, so geht das nicht mehr. Ich schreibe einfach mal, ich mache Schluss mit dir. Lea. Du kannst schreiben, was du willst. Das interessiert mich nicht mehr. Aber, Leute, jetzt bin ich hier wieder auf der Straße und bin obdachlos. Also, Leute, wenn ihr mir eine kleine Spende geben wollt, dann lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Bitte, bitte. Bitte, kleine Spende, bitte. Aber, Freunde, das war es auf jeden Fall mit dieser Online-Data-Folge. Was meint ihr? Haben wir es geschafft, als Obdachloser unser Leben ein bisschen in die Reihe zu bekommen? Ja, also, ich finde das Ganze auf jeden Fall lustig. Und wenn ihr wollt, dann können wir auf jeden Fall die Seiten wechseln und nicht als Obdachloser Online-Data trollen, sondern als Millionär. Also, Leute, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Und jetzt könnt ihr links und rechts die letzten zwei Videos abchecken. Die ist auch mega, mega cool geworden. Und ansonsten sehen wir uns morgen, wie immer, bei einem neuen Video wieder. Und ciao!